Einen angenehmen Abend, herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2. Das Bundesheer nimmt Teile seiner Reform zurück. Kommando Retour, was als Verwaltungsvereinfachung gedacht war, macht Prozesse aufwendiger. Der Rechnungshof kritisiert außerdem fehlende Langfristplanungen im Beschaffungswesen. Live im Studio ist Generalstabschef Rudolf Striedinger. Sendepause. Die Chefredakteure von ORF TV und der Presse gehen nach den bekannt gewordenen Chatnachrichten in die Auszeit. Im Studio ist Daniela Kraus vom Presseclub Concordia. Klimahölle. Der UN-Generalsekretär sieht bei der Klimakonferenz in Ägypten heute die Welt am Weg zu katastrophalen, Folgen der Erderwärmung. Mit dem Krieg in der Ukraine ist auch das lange Zeit stark unterfinanzierte österreichische Bundesheer in den Blick gerückt. Nach einer großen Anzahl von Politikerinnen und Politikern bringen Chatnachrichten nun auch zwei Chefredakteure in Bedrängnis. Es geht um ORF TV-Chefredakteur Matthias Schrom und Presse-Chefredakteur Rainer Nowak. Es geht um deren Nähe zur Politik und den Mächtigen und es geht um Interventionsversuche in die Berichterstattung der beiden Medien. Nowak stellt heute Morgen seine Leitungsfunktion ruhend. Matthias Schrom geht in den Urlaub. Interne Kommissionen in beiden Medien sollen nun prüfen. Es ist tatsächlich eine bemerkenswerte Welle, die dieser Tage durch die österreichische Medienwelt rollt. Heute Vormittag stellt Presse-Chefredakteur Rainer Nowak seine Funktion ruhend. Wenig später erklärt ORF 2-Chefredakteur Matthias Schrom in einer Redaktionssitzung, dass er unter den gegebenen Umständen nicht in dieser Position agieren könne und dass er ab sofort im Urlaub sei. Grund für beide Rückzüge sind Chatnachrichten, die ins Jahr 2019 zurückdatieren. Im Fall ORF beschwert sich der damalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache über einen Beitrag in der ZIB24 auf ORF 1. Weil nicht zuständig, verweist Matthias Schrom auf das ORF 1-Chefteam Lisa Totzauer und Wolfgang Geier und rät Strache, er möge sein Anliegen vom FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger regeln lassen. Ich denke, Steger sollte das mit ZIB24 schon wissen und mal mit Totzauer-Geier reden. Die sollten schon merken, dass sie auch nicht unter dem Radar sind. Als Vizekanzler persönlich würde ich es Steger geben. Du brauchst ja eventuell noch Eskalationsstufen, bevor was auf Chef-Ebene ist. Der ORF-Redaktionsrat fordert nun deutliche Konsequenzen der Geschäftsführung. Wenn dann der Chefredakteur der wichtigsten Nachrichtensendung dieses Landes eine unangebrachte Nähe zu einem Regierungspolitiker in dieser Form hat und ihn berät, wie er mit dem ORF umgehen soll und die Redaktion gleichzeitig vernadert, dann geht sich das überhaupt nicht aus. Man könne nicht zur Tagesordnung übergehen, sagt auch ORF-Generaldirektor Roland Weismann. Ich habe mich an den ORF-Ethikrat gewandt, damit er sich mit diesem Fall beschäftigt. Mir ist es wichtig, aufgrund der Dringlichkeit, dass es ja auch rasch zu einer Lösung kommt. Wichtig aber auch, dass aus meiner Sicht die Glaubwürdigkeit des ORF zu keiner Sekunde gefährdet war. Die ORF-Journalistinnen und Journalisten haben aktuell, aber auch künftig werden sie immer unabhängig und objektiv berichten können. Im Fall Nowak gibt die Redaktion der Tageszeitung Presse auf ihrer Website ein Statement ab. Die kürzlich bekannt gewordenen Chats von Chefredakteur Rainer Nowak haben innerhalb der Redaktion teilweise zu schweren Irritationen geführt. Im Namen der Redaktion halten wir fest, dass die rote Linie nicht erst mit strafrechtlich relevanten Handlungen überschritten wird und Kontakte mit politischen Entscheidungsträgern keinesfalls zur Durchsetzung persönlicher Eigeninteressen genutzt werden dürfen. Insbesondere darf die Berichterstattung unserer Zeitung durch nichts anderes geprägt sein als durch journalistische Kriterien. Wir verlangen vollständige Aufklärung. Im ORF kommt die Redaktion am kommenden Donnerstag zu einer Versammlung zusammen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Auf der einen Seite muss Chefredakteur Schrom natürlich für sich selber entscheiden, ob er in dieser Funktion noch weitermachen kann. Dann ist die Möglichkeit, dass die Redaktion über ihn abstimmt und ihm möglicherweise das Misstrauen mehrheitlich ausspricht, weil sie sagt, das Bild, das wir hier in der Öffentlichkeit abgeben, ist untragbar. Oder es gibt die Möglichkeit, dass der Generaldirektor ihn von seiner Funktion abgeruft. Ein Verbleib in der Position des Chefredakteurs sei für den Redakteursrat aus heutiger Sicht schwer vorstellbar. Stefanie Leodolter und Patrick Ruska haben berichtet und bei mir begrüße ich jetzt die Generalsekretärin des renommierten Presseclubs Concordia, der heute vor 163 Jahren erstmals öffentlich aufgetreten ist, Daniela Kraus. Herzlich Willkommen. Guten Abend. Frau Dr. Kraus, bevor wir über die individuellen Probleme, Personen und Unternehmen sprechen, ganz generell. Der Journalismus in Österreich gibt in diesen Tagen ein katastrophales Bild ab. Tagtäglich bitten wir um das Vertrauen unseres Publikums. Hat der österreichische Journalismus dieses Vertrauen in seine Glaubwürdigkeit noch verdient? Es gibt sehr viele Journalisten und Journalistinnen in diesem Land, die sehr professionell arbeiten und sich dabei auch an die ethischen Standesregeln halten. Und deswegen wäre es sehr gut, wenn der Journalismus dieses Vertrauen sich auch wieder gewinnt. Und wenn dem Publikum auch klar ist, dass es wahnsinnig viele Journalisten und Journalistinnen gibt, die das auch verdienen, dieses Vertrauen. Jetzt haben wir Chats in zwei Fällen, nämlich bei ORF-Chefredakteur Matthias Schrom und bei Presse-Chefredakteur Rainer Nowak, die der Politik Versprechungen machen, auch auf Kosten der eigenen Redaktionen. Können die beiden weiter Chefredakteure bleiben und in dieser Situation das Vertrauen ihres Publikums wiedergewinnen? Es ist überhaupt nicht meine Rolle, das moralisch zu beurteilen, aber man kann sagen, es gibt einen Ehrenkodex für die österreichische Presse. Es gibt ein ORF-Gesetz und da sehe ich das überhaupt nicht vereinbar. Im ORF-Gesetz und auch im Verhaltenskodex des ORF gibt es den Paragraf 4 im Gesetz. Da ist die Unabhängigkeit als Recht und als Pflicht definiert, was ich sehr schön finde. Und im Verhaltenskodex der Presse ist die Einflussnahme durch Außenstehende als nicht der Professionsethik entsprechend definiert. Und beides sehe ich da in den Fällen nicht erfüllt. Es geht in den Chats auch um persönliche Vorteile. Wie können, wie sollen Journalisten damit umgehen? Sie sollen sich professionell benehmen und professionell arbeiten. Es gibt hier natürlich noch ein Problem in den beiden Fällen und das ist auch das Misstrauen, das die eigenen Redaktionen ja jetzt gegen ihre Führungskräfte vermutlich haben müssen. Denn hier wurde ja vernadert, schlecht geredet und den Interessen oder den Recherchen einer Redakteurin auch reingepfuscht, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und das ist auch ein großes Problem. Ich würde sagen, man muss sich das auch als Unternehmensebene anschauen. Das ist doch für die Medienunternehmen ein riesiges Problem. Die ORF-Redaktionsvertretung spricht sich ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten gegen den politischen Einfluss. Im ORF aus. Heute fordert man Konsequenzen. Das meint natürlich den individuellen Fall des Chefredakteurs. Aber welche Konsequenzen muss denn der ORF als Unternehmen aus dieser Krise und aus dieser Situation ziehen? Ich würde hier noch eine Stufe weiter hinauf gehen. Wir sollten fragen, welche Konsequenzen muss denn die Medienpolitik ziehen und was muss hier auch der ORF als Unternehmen fordern? Und eine langjährige Forderung des Presseclubs Concordia und vieler anderer in der Branche ist, dass der ORF entpolitisiert wird. Und das betrifft ganz in erster Linie die Besetzung des Stiftungsrats, die dort herrschende Unsitte der Freundeskreise und die Interventionen, die daraus resultieren. In den kommenden Monaten wird eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes erwartet, der sich ja diese Konstruktion des Stiftungsrates nach einer Beschwerde des Landesburgenland ansieht. In diesem Stiftungsrat gibt es politische Freundeskreise entlang der Parteigrenzen, die sich dort gebildet haben. Wie unabhängig ist denn der ORF? Genau diese Besetzung der Gremien nach politischen Vorgaben ist ein Problem und die Deals, die da geschlossen werden. Die Redaktionen selbst sind aber, und das ist sehr gut, durch ein sehr starkes Redakteursstatut und durch einen starken Redaktionsrat gut geschützt und auch durch eine hohe professionelle Ethik der Journalisten und Journalistinnen. Also ich würde das auch wegtun von den Redaktionen. Das Problem ist wirklich ein strukturelles. Das ist ein medienpolitisch und ein strukturelles Problem. Wir müssen uns auch als Bürgerinnen und Bürger, nicht nur in dieser professionellen Situation, wirklich darum bemühen und das fordern, dass hier eine Entpolitisierung kommt. Journalismus und Politik sind sich sehr nahe in Österreich, oft viel zu nahe. Sind das Einzelfälle oder ist das ein systemisches Problem? Es ist ein systemisches Problem, das Einzelfälle erleichtert und bedingt. Und dieses systemische Problem resultiert aus einer wirklich verfehlten Medienpolitik über viele Jahrzehnte. Wir haben zum Beispiel kein Informationsfreiheitsgesetz, sondern ein Amtsgeheimnis. Das heißt, um an Informationen zu kommen, muss man vielleicht jemanden kennen oder sehr langwierige Prozesse, wie Sie wissen, beschreiten. Wir haben eine Medienförderung, die nicht Qualitätskriterien in den Vordergrund stellt und Unabhängigkeit. Das ist leider auch in dem Gesetzentwurf, der jetzt ist, nicht die Bedingung für Förderung. Ja, und wir haben jetzt gerade, das möchte ich vielleicht noch ansprechen, ein Gesetz für die Wiener Zeitung im Entwurf, das eine riesige, hochdotierte Journalisten- und Journalistinnen-Ausbildung vorsieht, die von der Konstruktion her sehr staatsnah ist und direkt dem Bundeskanzleramt untersteht. Das ist in der jetzigen Situation gerade das Falsche. Es gibt auch noch ein neues Gesetz, nämlich zur Medienförderung neu, das gerade in Verhandlungen ist, wahrscheinlich bald beschlossen wird. Ökonomisch sind ohnehin schon viele Medien von der Politik abhängig. Es gibt jetzt in diesem Gesetz mehr Geld für Medien, aber sichert sich die Politik da wieder Einfluss in den Medien? Nein, also nicht über diesen, so direkt kann man das nicht sagen. Das Problem bei diesem Mediengesetz, und das werden wir auch in der Begutachtungsphase anmerken, ist, dass hier eben nicht Qualitätskriterien, Presserat etc. als Grundbedingungen festgeschrieben sind, sondern nur für zusätzliche Geldflüsse sorgen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass diese Medienförderung transparent gestaltet wird und dass hier auch noch Änderungen ankommen. Frau Dr. Kaas, vielen Dank für den Besuch im Studium.